Guruwa Info, Guruwa, Guruwa Hey, Kinder, was geht schon wieder bei euch ab, hä? Wir spielen Cash, hier auf meiner Road zum Bad Motherfucker, mit 70 Kills, mhm. Übrigens, hey, Mensch, eh, noch 8 Abonnenten, dann sind wir bei 1700. Dann fehlen nur noch 300 bis 2000 und nur noch 48.000 bis 50.000. Also, wir sind eigentlich, also wenn man einfach das Unwichtige weglässt, 8 Abonnenten vor den 50.000. Das ist einfach krass, oder? Wie schnell das geht, mir die Zeit vergeht, das ist wirklich abnormal. Hey, Pisser! Na! Na! Uuh! Hello, Guys, I go away. Hello! Come on, go away fast. Come on, guys, go away fast. Nur fast, auf A. Also, wir gehen davor wieder Richtung B. Hey, geh mal zur Seite, Szenario. Wow! Gott, bin ich gut, Mann, ey! Mancher fragt mich echt, wie ich so gut sein kann, und dann weiß ich's aber gar nicht. Wow! Ich hab nicht mein Mate getroffen. Is it cause I'm good, maybe? Let them come! Let them juice in my pants! Moment mal. Ja, 26, das geht von der ganze Zeit, eh, oh, no, ah! Ah, they may be push us. They may be push us. I'm flash, bro. I'm flash. Fuck, go! Oh my God. Click, click. Fuck, Mann! Hey, komm, was hab ich gesagt? Hey, komm, was hab ich gesagt? Go middle, go middle, go middle. Go middle, go middle. I am Spanish. Ah, Spanier. Spanier, der Spaniale. Ah, jo, die kommen, du Pisa, Mann. Machst du kaputt. Hilfe! Nur 15. Oh, middle. I think they're the middle. Ha, 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 ha. Now is the time. Get to the chopper! Mach auf, ich mach dich tot. Mach auf, ich mach dich tot, komm. Mach auf, ich mach dich tot. Komm her, komm her. Unsere Bombe ist am Spawndown. Ultra cool. Aber doch nicht kicken, Mann. Was ist, wenn da gerade scheißen geht? Oh, okay. Oh, okay, oh. Sind das für verfickte Vollidioten, die einen hier anballern? Wisst ihr, das heißt Go A und ich bin der Einzige, der A geht. Wisst ihr, wie dieses Spiel heißen wird? Hurensöhneln. Für Anfänger. Oh, Mann, ich bin mit Hurensöhneln unterwegs. Bitte nicht. Nein, das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Wisst ihr, das zieht voll die, äh, die ganze, den ganzen Spaß aus der Runde, wenn man mit Hurensöhneln spielt. Der da hinten guckt, schau nicht gerade nach seiner Mutter. Der Pimp, seiner Mutter. Okay, Juanico. No, now Ico. Fuck you. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich konnte das noch nicht raushören. Ich glaube, einer ist kein Hurensöhn. Also einer, die Mutter von dem einen es schafft nicht als professionelle, ähm, Männer, fröhlichmacherin. Aber der Rest, der Rest ist so richtig hart am Arbeiten. Die Mutter ist wahrscheinlich täglich. Täglich, ja? Auf dem Strich. Der Spanish Man. Ich glaube, das ist der, dessen Mutter geht es richtig arbeiten. Die ist wahrscheinlich sogar was hohe, was höheres, nehme ich an. Aber der, die anderen, die lassen natürlich ihre Ehre auf dem Strich verpuffen. Hört man auch eindeutig raus an den Söhnen, wie die so sprechen. Wir haben eine Arbeit verloren und die labern einfach, wer hier Spanisch spricht. Ihr seid ja behindert. Oh mein Gott! Manometer, Kinder. Nice. Wirklich, total nervig. Es ist echt eklig, wenn die Leute nicht so mitmachen, wie man das gerne hätte. Im letzten Spiel war es richtig geil. Ihr habt mitbekommen, ne? Die Russen, ich war einfach direkt wieder ein Teil der Familie. Alles war schön. Oh mein Gott, Green. Nein! Oh mein Gott, nur 26. Aber es war der. Sehr gut. Die Bombe kann immerhin planten. Komm, es ist noch einer, oder? Nee, noch zwei. Scheiße. Scheiße! Nice! Oh fuck. Oh fuck. Hat er eigentlich gehört, oder? Ich weiß, wie ich die Folge nenne. GURUWA! GURUWA! Sie beleidigen die ganze Zeit jeden, der irgendwie verkackt. Jedes Mal. Immer. Weil Orange eben noch hinten einen weggesneakt hat, heißt direkt, oh mein Gott, Orange, what are you doing? Die sind so, und unser Kerl ist wieder AFK. Kama, 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 Kameleon. Geht er jetzt B, oder wo läuft er lang? Ups, sorry. Ups, sorry. Naja. Naja. Ah, die AWP. Fuck, man. Da hat einfach meine Arcade, oder? Bomngott. Oh Mensch, ey. Komm, ich mach da was G'scheites daraus, wisch? Let's do it, blick. Ich geh, ah, denn ich bin so cool. Die anderen sind alle ein ganz klein wenig schwul. Oh mein Gott. Fuck you. I mean. Kurwa. Orange. Ich gebe zu, da hat er Orangen auf Mitte keine gute Arbeit geleistet, aber muss ich das rausschreien? Wie so ein Vollidiot. All right, kill me E. Nee, muss ich nett, oder? Warum auch? Go. Miss. Fuck. A1. A on spot one. Naja. Nice. Yeah, you go. Oh, mal drei Sniper jetzt am Start. Ja, okay, aber passt ja auch hier, ne? Mitte B und A. Läuft. One go to B on mid. Yeah. Grenade out. Yeah. Merkt ihr was, das war Taktik? Ja, das war Taktik. Gut gestanden, kann man nix sagen, Mensch. Come on, come back. Come back. I'm gonna come on your back. Move it. Move it. Oh, yeah. Nö, 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 nö. Oh, yeah. Kann man sich da oben drauf stellen, da? Bombes drauf, scheiße. Wow. Oh mein Gott. Der Maid hat unseren anderen Maid erschossen. Ich war völlig flash. Ich dachte, scheiße, der mir stand die ganze Zeit, das war ein Maid. Und dann steht der andere tickerig noch da, Mann. Hat er schon gut gemacht. Hat er schon gut gemacht. Oh, man. Komm, 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 komm. Junge, 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 Pewdow. Fuck, man. Ey, Tü, die machen das, die machen das. Nice. Sobald die Atmosphäre im Team etwas besser ist schon, läuft's übelst bei allen. Gut, bei Sisyak jetzt nicht so, aber es läuft trotzdem. Alleine auf A. Warum lasst ihr mich alleine hier? Aber die machen das, die überrennen die einfach. Die sind noch zu zweit? Nee, zu dritt. Komm, drei gegen drei. Und wir sind im Vorteil, weil wir die Coolen sind. Nice. Die haben sie schon mal rausgelockt. Nice. Drei gegen einen. Nice. Oh mein Gott, wir werden doch die Runde jetzt nicht noch gewinnen. Fuck, man. Oh mein Gott, wir können nur noch Draw machen. Oh mein Gott. Weil das ist toxic. Haben wir jetzt verkackt wegen mir. Ich hätte den killen können, ne? Dann wären zumindest noch zwei übrig. Also ich und der. So geht's halt, ne? Kann man nichts machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine cool ewige Runde. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Freunde. Ciao, 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 ciao.